Fahrplanbänderungen gegen Bauarbeiten zwischen Freiningen und Federstadt vom 7. August 20. Mai 2023 bis 14. Juni 2023. Es kommt in den nächsten zu halb ausfällende Schienenersatzverkehr. Ich wiederhole, Fahrplanbänderungen gegen Bauarbeiten zwischen Freiningen und Federstadt vom 7. August 20. Mai 2023 bis 14. Juni 2023. Es kommt in den nächsten zu halb ausfällende Schienenersatzverkehr. Bitte informieren Sie sich. Gleich 2.1.8.5. Navi D1.7. Überflug der Aufbahnhof tief. Absatz 18.5. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Anfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 2. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 1. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.30 Uhr. Absatz 18.30 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 2. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.50 Uhr. Vorsicht bei der Anfahrt. Gleich 2. Einfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. in der Anfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. in der Anfahrt S5. Verbietet sich ein Blick für die Ankunft. Absatz 18.00 Uhr. Lederstadt über Stuttgart Flughafen Messe, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11 Uhr nach Stuttgart Fahrt, Jammstadt über Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11, 4 nach Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 1, 1 Fahrt, 11, 60 von Bündigen, BF6 von Weiderstadt, Ankunft 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11, 5 nach Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11, 5 nach Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11, 6 nach Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Gleis 2, 1 Fahrt, 11, 6 nach Stuttgart Hochbahnhof, Abfahrt 19 Uhr. Vorsicht bei der Eifahrt. Glock 1, Einfahrt S3 nach Stuttgart Rhein, übersteigt. 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 Glock 1. Glock 1, Einfahrt S2 nach Stuttgart Rhein, übersteigt. 8.90 Uhr seitlich. Vorsicht bei der Anfahrt.